Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einem Ankündigungsvideo. Für Samstag, den 4. April, werde ich eine OMSI-Leitstellenfahrt veranstalten auf der Map Gladbeck V5.1 ohne Wien. Und ich betone, ohne Wien. Es wird unten ein Teamspeak, wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, ein bis zwei Teamspeak IPs reinkommen. Auf diesen beiden Teamspeaks IP könnt ihr mich antreffen, um eure Routen, die ihr fahren könnt, abzuholen. Die müsst ihr bei mir, bei Marc, müsst ihr da einfach mal nachfragen. Vielleicht bin ich mal gerade nicht auf beiden Teamspeaks oder vielleicht auch mal gar nicht da. Ich werde die vergeben. Ab Mittwochen-Nahmittag um 2 Uhr sind die Routen fertig, wahrscheinlich. Falls irgendwas dazwischen kommt, werdet ihr es merken. Es wird so sein, dass erstmal Funkdisziplin hält, außer am Anfang dann bis alle Leute da sind, wo sie sind. Dauert das halt, es startet um 9, 10 Uhr. Ähm, ich bitte aber ein bisschen vorher da zu sein, ich weiß selbst nicht, ob ich es ganz genau schaffe, aber ihr habt ja eure Routen. Falls ich um 17, äh, um 19 Uhr, Entschuldigung, um 19 Uhr noch nicht da bin, aus welchen Gründen auch immer, wird Harry die Leitstelle so lange übernehmen, bis ich komme. Also, das wird höchstens ein paar Minuten sein, falls ich es nicht schaffe, da bin ich... Aber ehrlich gesagt, ich denke mal zum größten Teil, dass ich da kommen werde. Ähm, wie sieht eine solche Sache aus? Äh, ich bereite mal kurz auf meinen zweiten Desktop was vor. Äh, ja, das sollte jetzt eigentlich da auftauchen. Äh, das heißt zum Beispiel, na halt, gibt mir eine Minute, das habe ich jetzt außer seh nicht verbreitet. Oh, immer noch was verkehrt. So, ich hab's jetzt schon wieder hingekriegt. Ich, ach ne, geht ja nicht, ich glaub, dann spielt die Aufnahme auf. Ich blende es euch jetzt einfach mal kurz ein. Da habt ihr, so soll es aussehen, als erstes die Wagennummer vierstellig. Dennoch eurer Name und dennoch die Schicht, die ich euch zuteile. Es können auch Dienstag, äh, Samstagabend noch Schichten vergeben werden. Ähm, aber nicht mehr so allzu viele, da ich nicht weiß, wie viel ich vorbereite. Das muss ich ehrlich gesagt dann noch gucken. Ähm, aber auf jeden Fall, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ähm, Schichten ja, wie ich gesagt habe, den, äh, Mittwoch abholen bei mir. Ähm, Teamspeaker-Peace landen unten drin. Ähm, ähm, ja. Ja, ich wünsche euch dann trotzdem noch einen schönen Abend bei Fragen. Bitte unten in die Kommentare oder auf die Teamspeaks kommen. Und zum Beispiel Harry fragen oder Tobi oder wen auch immer, den ihr da findet. Denn eigentlich müssten alle eingeweiht sein. Dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.